Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Dodge. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. Dieser Dodge ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und Zentralverriegelung ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017